Die Produktion läuft, doch auf einmal geht ihre Spindel kaputt. Die Maschine steht still, dadurch machen sie keinen Umsatz und es entstehen hohe Kosten. Eine Ersatzspindel muss her, aber direkt vom Hersteller? Die ist viel zu teuer und nicht immer verfügbar. Vielleicht besser eine Tauschspindel. Aber wenn die durch die minimale Reparatur nicht lang genug hält, war alles für die Katz. Ist der Schaden zu groß, erfolgt eine Nachberechnung. Somit muss oft sogar der Neupreis bezahlt werden. In einem Erklärvideo erfahren die Entscheider, dass nicht nur der Preis allein, sondern auch die Qualität der Reparatur enorm wichtig ist. Je besser die Qualität, desto länger hält auch die Spindel. Je länger die Spindel hält, desto mehr Umsatz kann langfristig generiert werden. Sie sparen sich Zeit, Kosten und haben weniger Stress. Wir von Kernspindel Full Service sind der perfekte Partner für Spindelreparaturen und Laufzeitoptimierung. Warum? Wir analysieren unabhängig vom Hersteller, weshalb die Motorspindel ausgefallen ist, machen Ihnen vorab ein konkretes Angebot und erst nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Arbeit. Unsere auf Präzision spezialisierten Mitarbeiter kümmern sich um die Reinigung, alle erforderlichen Aufarbeitungen, wie das Laserschweißen, Schleifen und Beschichten, sowie technische Optimierungen, die perfekt auf Ihre Maschine und Ihre Anwendung abgestimmt sind. So machen wir Ihre Spindel langlebiger und sie läuft praktisch wie neu. Und zukünftige Schäden lassen sich dadurch auch verhindern. Die Ausfallraten unserer Kunden sinken innerhalb von nur zwei Jahren im Schnitt um die Hälfte. Hat Sie das noch nicht überzeugt? Bei uns sparen Sie 30 bis 50 Prozent im Gegensatz zum Kaufpreis einer Neuspindel und 20 Prozent gegenüber dem Kauf einer Tauschspindel. Wir führen auch umfangreiche Reparaturen innerhalb von nur einer Woche durch. Da wir schon mehr als 10.000 Spindeln repariert haben, wissen wir genau, wie wir Sie unterstützen können. Nach Einbau haben Sie zwei Jahre Garantie auf unsere Arbeit. Investieren Sie jetzt in eine hochwertige Aufrüstung Ihrer Spindel und profitieren Sie langfristig von unserer Beratung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017